Heute, am 22.03.2024, erreichte mich eine E-Mail vom Präsidenten des Landgerichts Münster, Aktenzeichen 12E-2024.3, gesendet von Herrn Barton, der auch der öffentliche Sprecher der Presseabteilung ist, des Landgerichts. Elektronische Post, Herrn Siegfried Schmidt, Marc Bellinghaus. Ausstellung, Defending Ukraine. Ich habe vor Monaten schon dem Landgericht eines meiner Kunstwerke angeboten zur Ausstellung. Ich habe eine befreundete Künstlerin, Luisa Maria Derks, die hat eine wunderbare Webseite, können Sie auch was über Saturdays for Children, Sie war eine unserer Ehrengäste in Saturdays for Children, als wir noch gegen Kindesmissbrauch auf die Straße gegangen sind. Und diese wunderbare Künstlerin stellt im Landgericht seit Jahren schon einen Springbock aus reflektierenden Fahrradreflektoren aus. Ein wunderbares Stück, müsst ihr euch mal angucken. Im Landgericht Münster sehr zu empfehlen. So, dann geht der Brief los. Sehr geehrter Herr Bellinghaus, Ihre an den Präsidenten des Landgerichts gerichtete Anfrage betreffend die Ausstellung Ihres Werkes Defending Ukraine im Gebäude des Landgerichts habe ich erhalten. Für die Übersendung der Fotos danken wir Ihnen. Ihrem Wunsch, das Werk im Gebäude des Landgerichts ausstellen zu dürfen, werde ich jedoch nicht entsprechen. Nach sorgfältiger und ausführlicher Abwägung aller Argumente halten wir die Ausstellung eines solchen Mahnmals gegen den sicherlich völkerrechtswidrigen Krieg in Osteuropa im Gerichtsgebäude für derzeit nicht angezeigt. Die deutsche Justiz hat auch in diesen schweren Zeiten für die BürgerInnen der Ukraine ihre Neutralität zu wahren, damit sowohl die rechtssuchende Bevölkerung als auch etwa ZeugInnen oder ZuschauerInnen sicher davon ausgehen können, dass ohne politische Interessen über den zur Entscheidung stehenden Sachverhalt entschieden wird. Durch das prägnante Mahlmal und das damit verbundene und ja sicher auch von Ihnen beabsichtigte öffentliche Interesse könnte diese für die Herstellung von Rechtsfrieden notwendige Bedingungen infrage gestellt werden. Denn ein Gericht, das in politischen Fragen Stellung bezieht, verhielte sich nicht neutral. Auch wenn sich die Bevölkerung der Ukraine der Solidarität unserer MitarbeiterInnen sicher sein kann. Für Ihren Einsatz gegen den Krieg wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Barton. So, Herr Barton war einer der drei Richter vom Landgericht, die mich rausgeschmissen haben. Die haben ein Urteil unterschrieben. Herr Barton persönlich hat ein Urteil unterschrieben, was mich raussetzt, wogegen ich natürlich dann versucht habe zu protestieren am Bundesgerichtshof. Am Bundesgerichtshof bin ich gegen die Wand gelaufen, weil da gibt es 38 Anwälte. Und man muss einen dieser Anwälte nehmen. Was machst du? Du schreibst alle an, du rufst alle an und sagst, ich möchte gerne vertreten werden. Yada, yada, wegen der Räumungsklage vom Bauverein Kettler gegen Siegfried Schmidt, Marc Bellinghaus. Und keiner, ich wiederhole, keiner der zugelassenen, in Karlsruhe zugelassenen Rechtsanwälte hat, wollte oder dürfte mir helfen. Das ist wirklich ein ganz, ganz krimineller Skandal. Es wurde vorsätzlich, wurde mir die Hilfe verwehrt. Ich durfte mich nicht selbst in Karlsruhe vertreten. Ich hätte das locker mit links geschafft, weil es ganz einfach ist. Ich wurde am 21.06.2021 aller Vorwürfe, die gegen mich in den letzten Jahren zusammenkamen, weil es da tatsächlich Leute gab aus meinem Haus, die sich zusammentaten, die behauptet haben, ich hätte die Nachbarin beleidigt und die eine hat den anderen unterstützt. Der andere hat sogar schriftlich eine Aussage gemacht und hat behauptet, er hätte mich als Adolf Hitler verkleidet, im Garten gesehen, wie ich die arme Nachbarin beleidige. Alles Lügenmärchen, alles übelste Verleumdung, alles bewiesen. Ich hatte eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen mich. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist ein Irrenhaus. Das ist wirklich das Horrorhaus von Münster. Direkt nebenan, weil ich ja jetzt umgezogen bin. Ich wurde obdachlos. Ich wurde aus der Wohnung geschmissen, obwohl ich beweisen konnte, dass ich nie einen Nachbarn, eine Nachbarin beleidigt habe. Ich bin ein schwuler, älterer Künstler, der seine Ruhe will, der wirklich noch Projekte hat, der wirklich viel postet an Videos auf seinem neuen Kanal Bellinghaus mit Ausrufezeichen. Könnt ihr mir ja mal reinschauen. Es ist komplett irre, was hier abgeht. Und ich erwarte, dass ich jetzt auch von unserem NRW-Justizminister, Herrn Dr. Benjamin Limbach, gehört und auch gesehen empfangen werde. Denn das geht seit 13 Jahren. Es ist ein ganz, ganz kriminelles Zusammenspielen und ich kann nichts dafür. Der Grund, warum das alles ist, ist auf der Hand und das erfahrt ihr auch gleich in meiner Antwort an Herrn Barton, die ich schon geschrieben habe und auch schon geschickt habe. Und wenn es auch da ein paar harte Ausdrücke gibt, ich berufe mich auf meine künstlerische Freiheit, auf meine Pressefreiheit als Journalist und auch auf meine künstlerische Freiheit als Schauspieler und Künstler. Also bis zum Teil 2. Danke.